kriegt ja natürlich keine heilung sind wäre auch zu schön gewesen das heißt das heißt ich muss halt hoch zum siegel heilen mich dort zu heilen ich das gerade richtig hoch zum tempel zumindest habe ich da unten gerade keine sitzmöglichkeit oder so gesehen um die zur heilung zu nutzen die frage ist halt könnte ich jetzt eigentlich noch mal zurück zum wolkenhort um mir tränke und sowas zu holen warte warum bist du hier lasst mich erstmal kurz sitzen und ausruhen ja kann ich ich glaube das ist dann ganz sinnvoll das zu tun ich glaube das empfinde ich als ganz sinnvoll ich meine ich hätte es jetzt so oder so getestet also die finale ich bin ja drin drin ist schlecht mit hochfliegen ich habe jetzt überhaupt eine vogelstatue hier ok willst du den rush noch machen gibt gute items es gibt jetzt noch einen boss rush den ich machen könnte weiß ich von dem was ich glaube nicht oh stimmt das ding ja ich erinnere mich äh ne mach ich nicht äh ja kannst du gern machen weil ich mach den nur nicht ich will jetzt echt nur noch ein bisschen was an trinken holen und das war es dann dann geht es zum boss herzelle und unzerstellbare kleiderschild ja gut das ist mir beides egal ganz ehrlich das ist mir sowas von wurscht weil ihr seht ja ich nutze eh kein schild wobei ich mir jetzt ein holen werde so na komm den hätte ich ganz gerne herzellang ja ja damit m1 und ah wobei ich glaube die 20 rupus hier sind verschwendet weil da werde ich eine fee draus machen denke ich das erste verfeinern läuft auf jeden fall ja ja dann hole ich mir wieder eine fee im siegelhain beziehungsweise im tempel der zeit ja dann hole ich mir wieder eine fee im siegelhain und ja ich glaube die kleine bombentasche brauchen wir nicht mehr und äh und äh eisenschild mhm was war was war die trankmedaille nochmal egal moment ich kann ja ja ich kann ja beides mitnehmen hab ja im slot mehr da war ja was destiny der ist für dich cheers ich kann ja keine info zu anzeigen lassen ich weiß nicht mehr was die trankmedaille macht ja mit vielleicht ja wird wirken der tränkelinge einhalten ja perfekt perfekt genau das was ich will für den da für den rüstungstrank so ok ich denke das war's dann das heißt jetzt geht's zum todbringer ja also nachdem ich mir nochmal eine fee äh schnabuliert schnabuliert geschnappt hab ich werde die nicht schnabulieren wir werden keine feen gegessen ok das war knapp hahaha fast wäre ich einfach dumm runtergefallen das war's wie tränke gemacht dann nein hahaha nein nein hahaha tränke werden nicht aus fäden gemacht ah ah oh bist du jetzt eigentlich außerhalb des äh des geländes haa ok interessant ok ok da wäre dann die vogelstattung gewesen ey ic so wäre ich da hingekommen achja ist ja keine rechte tür die ich äh keine linke tür die ich nutzen kann hm da war was naja so äh so äh den trank er erstmal sicherstellen ja gut trank trinken und fee einfangen so gut und ein paar viele opinien fehlte aus twilight princess nichts anderes als das badewasser der königin äh twilight princess hat so gesehen belldelfin prediktet nicht okay hahaha ich lass das mal zu stehen ich lass das mal zu stehen ich lass das mal zu stehen So So, aber Wir speichern jetzt nochmal So Und dann Geht's in dieses dunkle Portal Ja, Peter, ich habe dir etwas zu berichten Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mit Zurückkehren kannst, ohne den Kampf beendet zu haben Bei 100% Fühlst du dich bereits für den Kampf? Ja Kebita, ich bin immer bei dir Kebita Viel Glück Feihalt deine Fresse Danke Okay Der letzte Kampf Der finale D*** Für die neue Kampf Ja Ne? Du bist wirklich gekommen Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen Menschlein Sieh dich gut um, das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Ich hasse die Götter, endlich habe ich meine Kraft zurück, ich werde dich zermalmen. Wie lange wirst du wohl von mir bestehen können, sei so gut und stepp mich sofort, ja. Wo nun an der Zitte die Welt unter meiner Herrschaft, ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Dann löscht du mal, du Löschpapier. Und die unendliche Macht. Wenn ich erst das Triforce habe, dann gehört diese Welt den Dämonen. Okay. Der Todbringer. Das war ein Hit, ich habe den Hit gehört. Das war dumm. Warum kriege ich den Schwung nicht ordentlich geteilt? Ne. Ich will nicht. Schade. Was? Wie hat er das geblockt bitte? Ne. Ja klar war es auch jetzt vom Gegner, aber ist ja egal. Ich habe selber auch jetzt gelandet. Na. Kein Scarlet Strike für mich? Okay. Kein Scarlet Strike für mich. und ist nicht ein schild da habe ich habe nur nicht angelegt Aua das war gemein während ich trinke Come on ja das war einfach dumm ah come on der zweite war fies warum kam der schildschlag gerade nicht nope ah ja 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 Da brauchen wir schon ein Schild, wenn du es wirst. Klar doch! Ich krieg den nicht, nee. Ich darf keinen... Alter! Ja, natürlich, Mann. So unfair einfach das Elektro-Schwert. Vor allem, wenn er halt alles blockt von mir. Egal, was ich mache. Pfeil und Pohnen. Ach, übrigens, Heimhafen, ne? Meine, hat man doch vorhin... Du hattest doch vorhin schon gerisert. Ja, das ist fünf Stunden her. Ich habe kein Gedächtnis. Die ganze Zeit hier, Chat ist aber relativ wenig dafür. So. Wenn Pfeil und Bunker... Kann man halt mal versuchen, so... Wenn ich nicht glaube, dass es großartig was bringt... Nee, ich glaube, der kommt nicht. Dachte ich mir. Er will schon mit dir reden. Ah, auch wieder mal. Okay. Erster Versuch ist, äh... Schlecht gelaufen. Erster Versuch war nix. Okay. Aufnahme gespeichert. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Ich will nicht fortsetzen. Ich will Spielstand laden. Ja. Nee, die hatte ich schon verbraucht. Die war schon weg. Leider. Ja. So, rein da.